Musik Die Loralu und Paco standen vor der zweiten Tür und klopften. Auch dort hat jemand aufgemacht und sie reingelassen. «Ja, wer bist denn du?» hat die Frau mit einem langen, grossen Holzinstrument gefragt. «Ich bin die Loralu und das ist mein Freund, der Paco. Wir sind vom Zirkus und wollten fragen, ob wir ein paar Töne von euch haben dürfen. Weil bei uns im Zirkus sind alle verschwunden», hat sie erklärt. «Ja, sicher, komm nur rein», hat sie gesagt und alle Holzbläser haben ihr ein Lied vorgespielt. Musik 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 So viele Töne hat Laura Lu gestaunet und auch diese alle mit ihrem Hut eingesammelt. Sie hat sich bedankt und ist zu einem weiteren Zimmer klopfen. Und wer hinter dieser Tür Musik gemacht hat, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Musik Wir sind eine Schule, eine Musikschule, für alle, gross und klein, sind alle bei. Wir sind eine Schule, Probe Musikschule, hast du Freude am Musik machen, komm vorbei. Wir singen wunderschön, spielen zauber Töne. Vom Morgenfrühe bis abends Spaß, bin mit Musik einst Herz auf Gott. Musik Musik